Sie war mal so berühmt wie Checkpoint Charlie, die Glienicker Brücke, die zwischen Berlin und Potsdam über die Havel führt. Auch sie war ein Symbol der deutschen Teilung und es umwehte sie sogar ein Hauch von James Bond. In zahlreichen Spionage-Thrillern des Kalten Krieges, da kommt eine Szene vor, in der Ost und West in der Mitte der Brücke ihre Geheimdienstleute austauschen, im Film meistens bei Nacht und Nebel. Inzwischen ist von Hollywood auf der Glienicker Brücke nichts mehr zu spüren. Selbst heute nicht, an ihrem 100. Geburtstag. Thomas Bittner. Kaum noch zu erkennen ist der weiße Streifen, der einst Ost und West trennte. Er erinnert an die Zeit, als dies die berühmteste Brücke des Kalten Krieges war. 1907 als Stahlkonstruktion gebaut, unter der auch Lastschiffe fahren konnten. 1945 im Krieg zerstört. Die DDR baute sie als Brücke der Einheit wieder auf, aber eine Brücke war sie da nicht wirklich, sondern ein Grenzübergang nur für Diplomaten und alliierte Militärs. Beobachtungen eines inzwischen prominenten Nachbarn. Was für uns kinderspannend war, dass sie immer englische, französische und amerikanische Straßenkreuzer die Seite gewechselt haben, weil die Militärverbindungsmissionen, die waren hier in der Berliner Vorstadt und die nahmen diesen Grenzübergang. Und das sah natürlich für uns immer spannend aus, so große Autos zu sehen. Weltberühmt wurde sie als Agentenbrücke, wo Ost und West ihre Spione austauschten. Vieles ist Legende, nur dreimal gab es wirklich diese Agententreffen am Rand von West-Berlin. Man hatte hier wesentlich bessere Möglichkeiten, die Brücke abzusperren, einen Agentenaustausch. Sagen wir am Checkpoint Charlie in Stadtmitte, der wesentlich problematischer geworden wäre und hätte auch viel mehr vor den Augen der Weltöffentlichkeit und auch der Besucher, die dort zufällig vorbeikommen, stattgefunden. Manchmal war Öffentlichkeit aber auch erwünscht. Als 1986 der sowjetische Dissident Anatolich Czaransky in den Westen durfte, hatte er hier eher mit den zu weiten Hosen aus der sowjetischen Haft und dem fehlenden Gürtel zu kämpfen, als mit den Gefühlen, gab er später zu. Die Grenze für alle anderen öffnete sich im November 89, einen Tag später als in Berlin. Wir hatten die Kinder alle hinten im Trabant und die Brücke war voller Menschen und es wurden Sektflaschen reingereicht ins Auto und es war also richtig gehende Volksfeststimmung. Völlig gelöst, völlig fröhlich. Die Grenzmarkierung sollte Geschichte werden. Heute ist die Glienicker Brücke eine ganz profane Verbindung zwischen Potsdam und Berlin. So selbstverständlich, dass die beiden Städte den 100. Geburtstag einfach vergessen haben. Vielleicht ja auch tröstlich, dass sie heute eine Brücke ist, wie jeder andere auch. Das waren die Tagesthemen. Gegen 0.55 Uhr informiert Sie nochmal Ingo Zahn.